Das zweite Rund des Hufeisenplatzes hier in München-Riem hat dann auch der achtjährige österreichische Wallach Ippolito betreten. Stammt aus der Zucht von Thomas Kreidel aus Österreich, der selber Veranstalter von internationalen Turnieren ist. Das Gestüt Jenissen ist mittlerweile Besitzer. Ippolito ist daher ein Sohn des einem Special-Demus aus einer Mutter vom Contendro I, Accord II und Watzmann. Unter dem Sattel von Richard Gardner aus Neuseeland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Strafpunkt frei und richtig schnell. 69,90 Sekunden bedeutet die Führung jetzt für Richard Gardner mit Ippolito. ... mit 69,90 Sekunden. Zobatt de Wien, das nächste fährt...